einen flauschen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren view hier auf meinem kanal in dem heutigen videos gibt es brand heiße deals grüße gehen raus an den silber jason durch ihn haben wir dieses secret special rausgefunden keine ahnung woher er es hat aber falls ihr den spieler oder premium rang habt ihr könnt euch ab jetzt ultra rang 30 tage aktivieren und das innerhalb von ein zwei minuten das einzige was ihr machen müsst ist einfach in die lobby gehen und geht ihr hier rechts vom sporen aus die treppe runter geht hier links zu diesen ja büschen habt ihr diesen banner und dann geht hier einfach runter und da habt ihr so einen kleinen raum und hier habt dann wo das gelätschel im standard texture pack ist es ein abgekoppelt da tut ihr einfach mal draufklicken und dann werdet ihr vom server gekickt und da steht dann dass ihr ultra für 30 tage habt ihr habt auch gerade auf meinem handy account getestet zur sicherheit und der hat jetzt ultra also nutzt das gerne wie wann das wieder verschwindet habe ich keine ahnung wir haben es gerade nur von silber jason erfahren dass es funktioniert kleine quick news für euch ansonsten wünsche euch noch einen wunderschönen tag abonnieren glock aktivieren eine bewertung da lassen und einen comment gerne reinhauen ansonsten würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal haut rein und schau leute bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.